So Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Wir gehen in die nächste Runde. Machen wir heute Bethany? Ne, wir machen heute noch eine Challenge. Isaacs Awakening. Ich bin gerade im Challenge-Mode. Ich hatte eigentlich vor... Oh. Links Awakening, Isaacs... Ach, ist das geil. Eigentlich hatte ich vor, mit Bethany zu spielen, aber jetzt habe ich spontan Lust gekriegt, Isaacs Awakening zu spielen. Ich bin ehrlich gesagt kein Link... Also kein The Legend of Zelda Spieler. Merkt man mir vielleicht an. Aber ich habe für euch trotzdem einen The Legend of Zelda Fact für euch. Das erste The Legend of Zelda... Moment mal, ich kann doch auch schmeißen. Warum mache ich so? Naja. Sollte eigentlich... Hyrule Chronicle The Legend of Zelda heißen. Allerdings war es so, dass... Nintendo USA, meine ich wäre es gewesen... Das Ganze... Oh, ich kann die Dinger auch damit einsammeln. Das ist gut. Ähm... Das Ganze... Eben so... Gehalten hat... Dass es aussah, als wäre der Titel... The Legend of Zelda Hyrule Chronicle. Also gerade eigentlich verkehrt rum. Und nachdem das Ganze dann eben... Nicht als Hyrule Chronicle The Legend of Zelda... Sondern eben genau falschrum bekannt wurde... Hat man sich dazu entschieden... Wenn es schon unter diesem Namen bekannt ist... Eben es weiterhin unter dem bekannten Namen zu veröffentlichen... Statt jetzt den weniger bekannten Namen international zu benutzen. Und so blieb es dann bis heute The Legend of Zelda. Kann ich die... Die Töpfe hier nicht mit... Doch, die kann ich auch mit Kraft... Eben. Das ist gut... Dass ich das kann. Moment. Ah, ich muss dann... Dagegen laufen. Okay. Das heißt, ich kann jetzt die Töpfe von Leuten zerbrechen. Oh Gott. Warum... Was sind Background-Sounds an? So. Spontan schnell Background-Sounds ausgemacht. Ich hoffe, die sind jetzt alle aus. Moment mal. Kann ich... Das möchte ich mal testen. Okay. Ich kann Geheimgänge nicht aufwerfen. Weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass da einer gewesen wäre. Und... Dann hätte ich ihn aufwerfen müssen. Aber hier ist der Super-Secret. Den nehmen wir mit. Ja. Und falls ihr euch fragt, woher ich das wusste. Die sind... Äh... Eigentlich immer... Oh. Ähm... Die... Der Super-Secret... Ist eigentlich immer... Äh... Direkt in der Nähe vom Boss. Was er hier auch letztendlich war. Und dazu noch an einem Raum, wo nichts anderes anhinkt. Hier waren Steine davor. Bedeutet... Da kann er nicht sein. Weil der Eingang muss frei sein. Also blieb eigentlich der Raum als Idealraum übrig. Also er muss nicht zwangsweise in der Nähe vom Boss sein. Aber er ist es halt oftmals. Oh, ich kann... Ich kann mit dem Schwert die Kisten öffnen, ohne sie anzupacken. Das ist perfekt. Oh, Isaacs Awakening ist eine... Ist ja eine super einfache Challenge, finde ich. Aber von mir aus kann ich immer so spielen. Ehrlich, ich... Ich finde das gerade mega geil. Mir macht das gerade... Viel mehr Spaß als wahrscheinlich... Ähm... Als wahrscheinlich... Ähm... Geplant war, dass es macht. Aber ich finde das gerade mega cool. Ich habe hier... Ich habe hier richtig Spaß dran, das zu machen. Sind Challenge-Bosse eigentlich gescriptet? Ne, ne? Weil er hier lohnt sich natürlich... Durch den Rundumschlag... Ideal. Ah, da ist noch einer. Ah, Caffeine-Pill. Size down, speed up. Und wir haben unser Trinket verschluckt. Wir hatten keins. Also ist eigentlich egal. Oh, ja. Ich nehme es mit. My fate protects me. Könnte jetzt... Das Messerstück holen. Das erste. Aber ich glaube nicht, dass wir es brauchen, oder? Was sind das für ein... Obwohl... Wenn ich mir das so angucke, ich kenne das Symbol nicht. Keine Itemräume ist das eine. Das andere Symbol... Ist das Mother? Moment, da ist ein Itemraum. Ich dachte, das... Würde bedeuten, keine Item... Habe ich einen Itemraum vergessen auf der letzten Ebene? Kacke. Ich hätte noch einen Itemraum mitnehmen können. Ah, den wollte ich jetzt nicht, aber ist in Ordnung. Nehme ihn mit. Ja, ich sollte mich bewegen. Habe ich vergessen. Pentagramm. Devil... Äh... Damage up. Ich bin echt am überlegen, das Messerstück zu holen. Weil das sieht nach Mother aus. Das kann natürlich auch nur das... Nur das Herz sein. Moment mal. Die Türen sind ja alle automatisch offen. Also müsste eigentlich auch die Tür für Mother automatisch aufgehen. Da es eine Challenge ist. Ich probiere es einfach mal. Wenn nicht, spiele ich die Challenge halt nochmal. Hehehehe. Die Tür geht nicht auf. Will ich hier aufspringen? Nein. Okay. Die Tür geht erst auf, wenn wir das Messerstück haben. Kann ich die Dinger eigentlich... Hey, die kann ich... Die nicht. Tja, nicht irgendwo... Irgendwo ein bisschen Geld drin. In den Töpfen kann doch Geld drin sein. Erzähl mir nichts. Sag ich doch. Giant Spiders and Flies. Finde ich gut. Vielleicht werden wir ja noch Gappi. Kann ja passieren. Okay. Der Raum, den wir suchen... Bedeutet... Wir grillen uns. Das ist ein weiter Weg bis zum Itemraum. Was mir nicht so ganz passt. Vor allen Dingen, da hier halt viel von oben regnet. Das kann ich mit dem Schild nicht blocken. Einfach mal wild um mich schlagen. So, aber das ging doch eigentlich sogar recht einfach. Ich könnte jetzt den Boss für ein zusätzliches Item machen, aber will ich ja eigentlich nicht. Stimmt, jetzt kann ich ja nicht mehr fliegen. Fliegen vorbei. Aber jetzt sollte ja eigentlich das Ding aufgehen. Ja. Oh, mir graut es jetzt schon vor dem Tempel des Todes. Und Foto. Oh. Der furzt die Tiers weg. Da hat mich was getroffen. Rechheit. Mit unserem Schwert sind wir allem gewachsen. Lemmon Party und Tears down. Na gut. Immerhin ein Glückszent. Okay, da muss ich drüber. Ich versuche solche Stacheln immer zu vermeiden, wenn ich kann. Ja, komm. Aber boing. Nehmen wir mal mit. Ich bring jetzt nochmal in den Shop rein. Die Red Candle. Hm. Ja, natürlich eine Möglichkeit. Oder das Karten-Set. Wann jetzt natürlich nicht im Item-Room bisher. Und eigentlich möchte ich da ganz gerne hin. Zumal ich gerne noch mehr Geld sammeln würde. Achso, da... Da darf ich erst hin, wenn ich fliegen kann. Oder wenn ich halt laufe. So. Hat sich überhaupt nicht gelohnt, der Raum. Hab da eigentlich meine Maus im Bild? Sekunde. Ne. Hab ich euch ausgeschaltet. Dann ist gut. Ich möchte nämlich nicht, dass ihr meine Maus seht. Wenn die mir im Bild hängt. Auf jeden Fall 5 Cent. Und hier ist wieder kein Item-Raum. Haben wir nur auf den zweiten Ebenen die Item-Räume? Das wäre ja mal interessant. Wirklich nur auf jeder zweiten Ebene in den Item-Raum. Ich nehme das Tarot-Deck mit. Ich nehme das. Direkter Boss-Teleport. Einfell. Oh Gott. Ich sag, da hat mich tatsächlich was berührt. Aber Hornfell ist hin. Wir kriegen noch ein HP ab. Und noch ein Deal mit dem Teufel. Money equals Power und Black Powder. Black Powder will ich eigentlich nicht. Das bringt auch, glaube ich, bei Mom nix. Ne. Nehmen wir nicht an. Also bei Mother. So. Willkommen beim Ash Pit. So. Hier wird uns nix anderes übrig bleiben. Als Knöpchen zu drücken. Ich muss da rumgehen. Oh yes. Da kommt Freude auf. Wer seid... Kenne ich euch? Weiß nicht, ob wir die kannten. Oh. Dunkle Räume mag ich ja immer so gar nicht. Ach, das war... Stimmt. Ich war so lange nicht mehr hier unten. Das sind die, die wieder aufstehen. Wenn man nicht alle von ihnen rechtzeitig umbringt. Hätte ja ein Lucky Mushroom drin sein können. Also. Irgendein guter Mushroom. Okay, das sind aber auch Köpfe, die ich theoretisch auch... Ups. Theoretisch auch killen könnte, wenn ich wollte. So. Hier ist wieder Boss Time. Hatten aber noch keinen Item Room. Und da wir auf einer zweiten Ebene sind, suchen wir den. Und da wir sowieso den Tempel des Todes machen müssen. The Magican. Na, der bringt uns hier relativ wenig. So. Den da noch. Oh Gott. Bleib mir vom Leib. Ist ja gemeingefährlich hier. So. Ich habe einfach mit meinem Schwert totgefuchtelt. Und ab in den Tempel des Todes. Oh, ich darf hier drin das Spacebar-Item nicht benutzen. Und da liegt ein Tintet, an den ich nicht drankomme. Das ärgert mich. Sind hier irgendwelche Knöpfe, die ich jetzt schon drücken kann? Nein. Ich hasse den Tempel des Todes. Der ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich mir sage, yo. Das will ich nicht. Und dass ich halt auch die Steine nicht schmeißen kann mit dem Spacebar-Item. Ich meine, klar, es wird es ziemlich leicht machen. Aber genau das ist ja der Sinn davon. Schnell durch und runter. Ich lasse mich hier in Ruhe, Mother. Ich muss hier durch. Steht die dicke Alte auch noch im Weg. Kacke. Shit. Muss ich auch noch hier rum. Okay, ich glaube, wir sind aber gleich draußen. Ja, da ist der Ausgang. Okay, es war kein so schlimmer, kein so schlimmer Tempel des Todes. Da hatten wir schon nervigere. Das ist die Frage, kriegen wir noch irgendwoher Geld? Nein, dann nehme ich noch einen Spirit Heart mit. Obwohl, theoretisch. Ja. Justice, okay. Und der Joker. Sei nicht so, Krampus. Krampus Head. Ich nehme ihn lieber mit als den Wurfding. Stimmt, ich könnte mich ja in den... Funktioniert das? Nee, der fällt zu. Aber ich kann ihn öffnen. Okay, ja, der kommt roten Spoon, nehmen wir mit. Mr. Mega. Das bin ich. Ich fuchtel dich kaputt. Wir hören noch einen Cent. So, zwei Spacebar-Items. Ja, zwei Spacebar-Items sind, glaube ich, ganz gut. Die Blumen-Map brauche ich nicht unbedingt. Weil entweder ist er hier, ja, oder eins drunter. Ich will ja ein bisschen Geld jetzt noch mal holen. Da liegen ja noch ein paar Herzen auf der Ebene rum. Dann spende ich die einfach ihm hier. Komm, gib mir noch einen HP ab. Tankman, einmal fliegen ist auch nicht schlecht. Immer noch kein HP ab. So. Ich will von dem das HP abhaben. Weil jedes Herz, was wir haben, hilft uns. Oh. Hab daher das HP abgekriegt. Oh Gott. Er jagt sich selber hoch. Sorry, Fartman, aber irgendein Schwert gefuchtelst, hast du keine Chance. Und ab ins Loch. Hatten wir jetzt eigentlich einen Item-Raum? Hab ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Ich glaube, nein. Warum hatten wir auf der einen Ebene einen? Oh Gott. Mit den Schwertern, das ist ja ganz komisch. Dann nehme ich lieber das Beugen mit. Wheel of Fortune. Ja, komm. Tatsächlich. Hatte Glück. Da hatte ich jetzt weniger Glück. Okay, Geheimraum und der Teufel. Gehen wir erstmal in den Geheimraum. Ich mein Spirit Heart wieder. Danke. Boss Time. Ich will aber noch gar nicht Boss Time. Noch nicht. Für Boss Time ist gleich noch genug Time. Vorteil ist, dass ich halt damit an den ganzen Kram rankomme, ohne es überhaupt aufzumachen. Bisher läuft es verdächtig gut. Nee, die hole ich mir nicht. Das war knapp. So, den Devil nehmen wir auf jeden Fall mit. Damage Up kann uns nicht schaden. Vor allen Dingen nicht gegen Mother. Aber sollten vielleicht noch mal in den Shop gehen. Was ist er hier? Ich mein, irgendein... Irgendwo auf der Ebene muss er sein. Na, komm, Kleiner. Komm. Oh, Black Candle. Curse immunity und ein schwarzes Herz. Was bist du? Hyro-Fan nehmen wir auch. Hätte ich mir vielleicht aufheben können. Nein, das ist nicht so gut. Ja, auch Krampus Head verbessert, sehe ich gerade. Er hat auch früher irgendwie acht Aufladungen gehabt oder sechs zumindest. Und jetzt braucht er nur noch drei. Oh, die Sirene. Moment mal. Hetzt die nicht unsere Familias gegen uns auf? Ja. Macht's so. Hier werde ich lernen, dich mit mir anzulegen. Dich werde ich lernen, ne? So. Hey, normalerweise droppt es ein schwarzes Herz. Aber ich gehe jetzt nochmal zurück. Weil ich will jetzt das eine Spirit Heart noch haben. Was der Hyro-Fan uns gegeben hat. Mabber wird ein hartes Stück Arbeit. Oh. Okay. Bottle of Pills nehmen wir an. Ach, stimmt. Das werden ja automatisch jetzt zu Karten. Ja, super. Das hat sich nicht wirklich gelohnt. Ähm. Ja, Devil statt Empress nehmen wir. Das bedeutet auch, wir können gute Karten rauskriegen. Was wir nicht rauskriegen können, sind gute Pildchen. Ach, stimmt. Wir müssen ja das Gehirn töten. Schon wieder alles vergessen, was man über Isaac jemals wusste. Das war's. Kein Bock auf euch. Gebt mir ein Spirit Heart. Ich würde mein schwarzes gerne wieder aufladen. Danke. Hätte ja ein schwarzes Herz bei rauskommen können. Stimmt, die fangen ja mit dem Käse an, wenn man die erst einmal losgeschnitten hat. Jetzt könnte ich mir auch extra Pillroom kaufen. Oh, das war ein Versehen. Aber eigentlich will ich jetzt nicht noch extra Pillroom, weil dann werden unsere Karten zu Pillchen und ich will keine Pillchen. Ich bin eigentlich ganz glücklich damit, wie es ist. Die Stars. Wenn es einen Itemraum auf dieser Ebene gibt, dann bringt es uns direkt dorthin. Beweisführung abgeschlossen, würde ich sagen. Ab bisher erwacht der gute Isaac doch ganz gut. Kiste auf, Charged Key mitnehmen, den Hankman will ich nicht, dann nehme ich lieber den Devil. Und auf geht's. Okay, unser Damage Output könnte ein bisschen höher sein. Gebe ich zu. Und ich könnte ein bisschen weniger in Mams Angriffe reinlaufen. So, als erstes geben wir meine Devil Deal. Ah, das Auge. Das Auge war, glaube ich, ganz gut. Stare into the best. Ich weiß nicht, ob es mit uns überhaupt kombinierbar ist. Ja, ist es. Fuchtel jetzt einfach mal so ganz blöd damit rum. Aber unser Schutzschild, was uns beschützt eigentlich. Ja, davon natürlich jetzt eher nicht so. gut. Hammer, weiter. That's lost coin. Nehmen wir. So, war die einen fertig gemacht. Kommen gleich die großen Brüder und hauen einen oder wollen einen hauen. Ace of Clubs, die ist eigentlich nicht so geil. Ja, hier dran möchte ich ein bisschen drehen. Vielleicht kriege ich ja noch ein cooles Trinket. Hm, da High Priestess. Ne. Poop in die Luft jagen, finde ich eigentlich auch nicht so gut. alles kaputt hauen. Stimmt, das ist ja dieser dieser Blood für Arme mit den Eingeweiden. Wollte mal gucken. Ne, hier kann kein Geheimraum sein, aber unten könnte einer sein. Ist es aber nicht. Hier unten könnte keiner sein. Okay. Achter, da habe ich ein Wörmchen übersehen. Was ist denn jetzt noch übrig? Wörmchen! Überall Wörmchen. Oh Gott, wenn ich in dem Nebel stehe, nehme ich Schaden. Na, das hätte ich gerne früher gewusst. Oh ja, es ist wieder ist wieder die Maschine. Den da nämlich? Der Nace of Clubs, die will ich doch nicht. Auf der Ebene ist er sowieso noch nicht noch nicht Mother. wäre natürlich die Möglichkeit zurückzugehen, die anderen Automaten zu sprengen. In der Hoffnung, dass mir der eine Automat noch ein paar Spirit Hearts ausspuckt. Liegen ja auch noch ein paar halbe Herzen rum. Nee, Tour of Clubs will ich nicht. Oder Ace of Clubs. Macht ja alles zu Bomben, nützt uns nichts. So, komm. Wir haben fünf Glück. Wir designen Hyrophant. Noch ein Deppe. Scourge. Der war das. Au. Okay, das haben wir jetzt ordentlich auf die Schnauze gekriegt. Dogfood. Zumindest noch ein HP ab. Aber wir brauchen jetzt Spirit Hearts. Führt keinen Weg dran vorbei. Okay. 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 Wer seid ihr denn? Weg. Also ohne Spirit Hearts und zwar einige wird das hier echt problematisch. den habe ich gerade überhaupt gar keinen Bock. Wie gesagt, wir brauchen Spirit Hearts. Zweifel, dass ich Mava damit schaffe mit dem aktuellen Set. Fuck. The world. Warum explodieren die auch? Ja, kacke, da hat es mich erwischt. Okay, das war jetzt gegen Ende doof. Ihr lasst mir jetzt in das Kommentar da, Daumen nach oben, sagt mir, wie ihr den Challenge findet und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, euer Wolf.